Donnerstag Angriff aus dem Internet Ich komme nicht mehr auf meine Seite. Erfälscht ihre Identität. Jemand versucht ganz gezielt Jenny in den Dreck zu ziehen. Begeht Verbrechen in ihrem Namen. Sie glauben mir nicht, oder? Bis er sie dann hat, wo er sie haben will. Ich, Jenny Dorn, habe Oberkommissar Kilian Kramer getötet. Alarm für Cobra 11. Die neuen Folgen. Donnerstag 2015.